so jetzt hat das wieder alles hin und jetzt können wir mal gucken was wir noch bauen können wir können hier zu bauen eine ange das ist doll so eigentlich möchte aber gerne noch ein bisschen kisten bauen ähm kisten genau da können zum beispiel übernüssig überdrüssige steine und so einen spaß dann später rein ich mache jetzt aber gerne mal das weil ich gucke was man damit eventuell bauen kann ein head kann man bauen den brauche ich aber nicht ein thrower helps you stay cool and dry äh ein speer kann man bauen das wars aber auch hier genau ne bienenmine ach du scheiße survival können wir ne fischerrope bauen brauchen wir auch grad nicht und hier können wir bauen eine pitchfork die brauchen wir aber auch nicht und wir können in blue farm wieder bauen ja super dann nehmen wir uns gleich mal hier von dem kleinen dimmelfieh so moment dann nehme ich die steine mal hier rein mit so klack 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 moment guck mal ja ich hab was gesehen das ist ja eh gleich schlecht deswegen esse ich es gleich mal und jetzt hier die bären noch und jetzt brauchen wir langsam echt feuerholz müssen wir uns ein bisschen gucken und 20. tag ihr müsst jetzt damit beginnen feuerholz zu sammeln und das geht am besten nicht hier so ich geh jetzt auch in den bald und hol mir jetzt ordentlich feuerholz für uns dass wir da auf jeden fall nicht ähm in probleme geraten über den winter ich weiß ja nicht wie lange der winter geht das kann ich nicht sagen ganz ruhig ich tue nichts ich würde euch niemals etwas antun es sei denn ich bin so op dass es für scheiß egal ist nicht durch den kreis laufen so klack 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 auch die peinwutsch kann man ja zum benutzen zum feuerholz machen also stehen ja unendlich grenzen über was wir alles zum feuerholz machen benutzen können deswegen sammeln ich einfach mal alles was ich gerade finde komplett durch die reihe durch auch so eine blume zwischendrin kann ich schaden die rink fliegen darf ich mal liegen weil das ding war ja böse erstmal was wir wieder gerne so ziemlich schnell ist dunkel jetzt schon und darf sich auch bei ziemlich kalt wird gehe ich aber mal zurück jetzt aber es war dann nicht viel übrig das klang nach donner schnell zurück in die base stop den nehme ich mit juhu wir haben zwei hasen das heißt wir können uns hier was neues craften da war ja irgendwas mit zwei hasen hier ist das gar nicht mehr was so bären hier noch zwei bären jetzt war es gut so da ist eine sternfrucht sehe ich gerade keine sternfrucht hier habe ich auf jeden fall nicht einfach essen weil die ist wertvoll hier war hier 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 Cool. Hui. Und weiter geht's. Lalalalalala So Wir können uns doch sicherlich langsam mal hier so ein Pumpkin Langton Minerhead War es das schon oder was? Es gab hier noch irgendwo Umbrella, Tent Ein Turmelstone, da ist er doch Eine Spitzhacke und Steine brauche ich dafür Ich meine, das sollte es hier nicht unbedingt ein Problem sein, aber ich wusste gar nicht, dass ich keine Steine mehr habe Das ist äußerst interessant So, haben wir das noch schnell gebaut, jetzt können wir uns auch ein bisschen besser bewegen, obwohl es nachts Obwohl es nachts ist Und wir holen uns gleich mal Steine Der erste ist da oben, also ein paar Steine gibt es hier Habe ich eine Spitzhacke? Habe ich eine Spitzhacke? So Hier oben war noch einer, das habe ich gesehen So meine lieben Freunde, es ist auch kurz vor dem Tag den wir erreichen müssen Und er ist immer noch traurig Ich habe den Wechsel in Felbert nach Ich werde nur die Scheiße Ich bin ein Wow Übrigens sind die friedlich, habe ich herausgefunden Die tun uns nichts So voll glaubwürdig, dass ich voll gesagt habe Ich wollte nur mal kurz gucken Wie viel, ob ich irgendwie anders noch Dings machen kann Aber es war wirklich so Und ja, da stand halt alles auf einer Seite Und das habe ich mir halt spannend durchgelesen Und dann, naja Habe ich ein bisschen was rausgefunden Ich habe elf Steine Da ist noch einer Und ja, dann müssen wir weiter hochgehen Dann gehe ich gleich mal hier lang Uh, Blumen Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Schon wieder so im Wald viel Waaaah Blumen Blumen Stein Blumen Wo bin ich überhaupt? Ach hier. Siehst du sind doch fast da. Zoomen. Zoomen. Okay. Ich höre schon wieder diese Hunde. Ach fuck. Ich glaub das geht nach hinten los jetzt ne. Ach fuck. Da hab ich in Ruhe. Du wie die Hürde. Ja ich höre das. Gefällt mir auch absolut gar nichts. Aber ich kann da jetzt grad nichts machen gegen. Ach das war so klar. Ähm hab ich nen Speer noch? Joa. Hier ist Puff. Was heißt? Kann mir irgendjemand helfen? Hallo? Die spinnen vielleicht? Ja gut. Das ist wirklich super gelaufen. Na komm. Ah ja. Ich hatte zwischendurch noch ein paar von den anderen, von den Steinlagern glaub ich gebaut. Ich kann aber normales bauen jetzt. Oh. Normales bauen jetzt. Das ist sehr gut. So. Ich hoffe ihr überlebt. Die Nacht wird es einfach hier. Das ist einfach hier. Ne? Bauen Bau En Alter Baue das scheiß Lagerfeuer Habe ich noch Lichtfälle? Ok Ich hätte einfach zu ohne gehen müssen Hier ist es gut mit Aua 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 Oh, den Heroes Am Das gibt es halt immer noch, ok Na gut So Die Hand nehmen kann ich das Ding nicht So Na gut Jetzt kann ich auf jeden Fall bald diesen Headstone basteln Kann ich ja hier schon basteln oder Ne da muss ich rangehen an dieses Dings Ich kann auch wieder eine Farm basteln Das ist sehr schön So Ich sollte vielleicht Nachlegen So Äh was hast du denn noch im Inventar So Oh.